Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce Shadow of the Phoenix. Ja, wir haben hier so ein kleines Problemchen. Gerade an den Hacken. Also auch gut! Mehrere, um genau zu sein. Auch gut! Was, wie? Was ist? Wo ist meine Geule? Wo kommen die her? Ja, unser erstes Hauptproblem ist, dass da ein Hauptnächsen wird. Mich hat's erwischt! Wird meine Helden da langsam... Geht's los? Von mir aus! Verstanden! Von mir aus! Geht's los! Was ist? Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Was ist passiert? Verteidigt euch! So. Schlagt sie zurück! Wir haben einen Arbeiter verloren, hier in dem brennenden Holzfüllerlager. Sie sind überall! Und ganz ehrlich, hier reißt der Stromgrad auch nicht wirklich ab. Was ist? Oh, wir haben... Die sollen weggehen! Na, Kämpfer verloren. Hm. Einen will ich richtig sehen, oder? Ja. Einen Champion. Die sollen weggehen! Du... Sofort! Verstanden! So. Ihr könnt jetzt... Wird sofort ausgeführt! Bitte erst mal wieder hier hingehen. Geht's mir aus! Verteidigt euch! Verstanden! Verstanden! Wo ist meine Keule? Auf mein Zeichen! In die Schlacht! So, diesen Ort wollten wir ja noch rein. Zurück mit euch! Schnell! Da kommt schon wieder ein Templer. Auf mein Zeichen! Sofort! Darf ich töten? Auch gut! Vorwärts! Folgt mir! Oh, und hier kommen wir gar nicht weit. Für die Rune! Zeit zu sterben! Lästiges Weißflieger! Okay. Sofort! Oh, das heißt wir können umkehren. Vorwärts! Von mir aus! Oh, er hat die Holzfällerhütte repariert, bevor er angefangen hat, dort zu arbeiten. Geht's los! Geht's los! Na, schön! So, einer ist durchgebrochen, aber mit dem kommen wir ja klar. Auf meinem Befehl! Oh, der Ehre Aronius! Oh, der Ehre Aronius! Kämpft! Achtung! 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 Ja, den einen Templar schaffen sie da oben doch locker. Was wünschst du ohne? Ja, vorwärts! Ja, vorwärts! Schließ die Reihen! Ja, das mit der Triade töten haben. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Ich habe vergessen, ich habe die Schädelmünzen ja auf die andere Seite sortiert. um zu sehen, dass uns noch eine fehlt. Wo ist meine Keule? Verschwindet! Was ist passiert? Verschwindet! Was ist passiert? Ach! Auch gut! So, ihr könnt auch bitte mal weiterkommen. Dann gehe ich mal kurz hier rüber, den Seelenfels aktivieren. Was wollt ihr? Was ist passiert? Was ist passiert? weit haben wir die nahrung für die letzte für das letzte bevölkerung subgrade haben auch noch zauber die wir dann verkaufen können folgt mir vorwärts jetzt zieht euch mal lieber zurück ich weiß was passiert gerade nicht und los genau schwarzer turm da auch gut aus ok auf mein kommando wo kommen die her war was ist passiert dann berühre ich mal die säule so questbuch aktualisiert durchbreche die plakate im schlund und dringend zum knochen tempel vor die gerade des maskierten versuch noch immer aufzuhalten durchbreche ihre reihen und dringend zum knochen tempel vor wo der maskierte seine verteidigung mit belial seine vereinigung mit belial vorbereitet ja aber erstmal was ist was ist ne ja hier sind nur normale gegner so Brander und außerdem holen wir uns Achtung ja vorwärts bringen wir es zu ende dann machen wir das sobald wir wieder hier auf dem Weg nach da oben sind mir nach da ist noch ne truhe ok oh hier ist verstanden auch noch was zum plündern ah ja stimmt der Großmeister zurück mit euch äh äh nein das wollte ich nicht jawohl darf ich töten verstanden ach ein edel hasim säbel und paar andere Sachen bereits und los mir nach und los mir nach geht's los geht's los geht's los geht's los so unsere Brander sind alle fertig und kommen angelaufen gut die Beagungswerkstatt da hängt übrigens etwas in der Luft auch nicht schlecht ich muss aber auch zugeben es kommt mir gar nicht mal so lange vor dass wir hier waren als mit unserem ersten playthrough das liegt das liegt an das liegt an das liegt an hier sofort wird an der Ja, ihr beide bleibt mal zurück. Ich will vor allem nicht meinen Irrfit verlieren.